oh da vorne ist doch sind das gegner ja oh ich habe keine munition blöd jetzt sollten die aber wissen wo wir sind jetzt fällt endlich mal einer um den tag geht auf meine kappe ja der ist ohne schuss umgefallen das nur aus solidarität umgefallen wie hast du dreser musikion geholt ich habe keine geholt hatte ich jetzt welche drin ich habe keine ich habe sowieso jetzt auch ein anderes wie sie als eben hier hat irgendjemand schmerzen alter du hast ja ne mine schaust du mal im rucksack rein oder was du bist spreng experte jetzt stimmt grenadier was bin ich nicht bin ich bin gleich durch grenadier was bist du hast du hingefahren wo du uns hingefahren hast ins krisengebiet ich sehe es gerade bloß noch dunkel ich weiß nicht ob ich jetzt noch mal kommen oder was keine ahnung ich glaube ich sehe das auto oder ich krieg es angezeigt das auto vielleicht schießt es also ich nix ich sehe jetzt gerade bloß dunkel so wie so ein vogel der über die map fliegt oder sowas keine ahnung ich glaube man hat hier bloß einen respawn ahja ich bin jetzt der kleine schmetterling der über das genau bin ich ein schmetterling oder bin ich eine fledermaus oder eine motte ich glaube ich bin eine motte ne ich bin ein vogel da ich jetzt nicht weiß wo du bist und so kann ich dir auch nicht folgen ach da oben sind die antennen ne zu den antennen wollen wir ja nicht so von den antennen kommen wir her ich plündere jetzt irgendjemand ich weiß nicht wer das ist huch du blöder vogel wie wärs mal mit nach oben fliegen ach so was ein taktisches glas ich hab taktisches glas auf einmal taktisches glas? äh ah da oben sind gebäude das guck mir doch mal näher an äh die ersten mal mit dem abwärtsgang genau warum hat denn der vogel kein neidwischen das ist doch kacke ey hallo vogel nicht nicht steigen geh mal wieder runter du hast ja ein vogel ja ich flieg gerade mit dem vogel durch die gegend wenn du auch noch ein zweites mal stirbst dann bist du auch ein vogel ja ja ich flieg mal eben fix für die antenne mäm 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 das ist wie ein armer zwei geblieben Der Vogel hat keinen Rückwärtsgang. Wenn der Vogel hat, dann hast du mich, der wackelt. Kann ich irgendwas machen jetzt eigentlich? Kann ich respawn? Ne, kann ich nicht. Och, Menno! Du bist doch und ich kann nicht mehr! Ich muss jetzt jeden einzelnen Posten rüberziehen, oder was? Hm. Ich blündere dich, glaube ich, gerade. Bin mir nicht sicher. Echt? Was ist denn das für eine Linie hier? So, ich stehe mal auf, dass das spannender wird. Ich weiß gar nicht, in welche Richtung ich gehen muss. Ne, ich auch nicht. Ich guck mal auf die Karte. Wieder Fire Ranch, oder was? Ich weiß ja nicht, was du für Ziel hast und so. Ach, hier ist noch was. Ah, hier habe ich eins. Und wo bin ich? Ich bin hier. Ich kann ja nichts mehr angucken. Bei mir ist er vorbei, hierher. So, das ist auf jeden Fall im Norden. Irgendwie erzählt mit mir. Wo ist mein Kompass? Habe ich keinen Kompass, oder was? Ich laufe jetzt einfach mal hier hin. Ich will dich jetzt verfolgen. Ja, ich laufe jetzt, ich weiß noch nicht mal, ob ich gebückt laufe oder nicht. Ich laufe jetzt gebückt einfach einen Berg hoch. Obene, öffene Fläche. Es sind gar nicht mehr, wo ich bin. Es muss ja unbedingt auch gerade dunkel sein. Ich wollte damit sagen, dass ich hier Kamikaze spiele. Ich bin auf irgendeinem Berg, da sind Felsen oben drauf. Kannst du mal schauen, wie ich dieses taktische, äh, die Brille da benutzen kann? Ach, das ist die Tactical Class. App oder Windows-Taste oder so? Ich komme mal in den Kontrollen. Oh. Ja? Irgendwas rotes. Irgendwas rotes? Ja, das ist dieses Fahrzeug wieder. Ach so. Infantry Movement. Nee, Infantry Movement will hier ran. Äh. Helicopter, Vehicle, Common. Gear, Map, Hide, Diary. GPS. Kompass, Uhr, Night Vision. Binicolas, Headlights. Previews, Next. Use Default, Action. Back, Toggle, Full. Last, Help. Mhm. Was war mit V, kommt man übrigens schneller raus aus dem Auto. Ich schwöre, irgendwo dieses Fahrzeug, ich sehe es aber nicht. Ich greife nämlich jetzt das Fahrzeug an. Slow forward. Fast forward. Da hat sich versteckt, die Sau. Ach, das bist du. Was? Ich habe dein, äh, Fahrzeug gesehen, was du an, an die Mauer gefahren warst. Fahrzeug an die Mauer? Ach, du, du bist da rausgestiegen. Ja. Und er steht hier rum. Und tut nichts im Wald. Ich will nicht, ich will. Fast forward. Äh, was gibt's denn hier? Fast forward? Slow forward? Turbo? Äh, äh, move forward. Slow forward? Ja, habe ich ja auf shift und weh, macht er ja aber nicht. Äh, walk or run? Walk. Walk will ich eigentlich mit shift und weh. So will ich es auch. Okay. Und was mache ich dann jetzt für Slow forward? Nur mit W. So. Okay. Ist doch was. Hä? Wollt ihr mich total verarschen? Es gibt drei Möglichkeiten, sich vorwärts zu bewegen, oder was? Äh, vier. Welche drei ist das dann? Fast? Moved forward? Fast forward? Fast forward? Slow forward? Und, und walk? Wo ist denn der Unterschied? Keine Ahnung. Versuch halt meine Tasten zu belegen, aber irgendwie... ...willt das nicht so richtig. Warte, 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 nee, 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 delete, delete, okay. Slow forward. Walk or run? Warte. ich glaube ich glaube auf mich wird geschossen direkt moment die fort die fort gibt es gar nicht so turbo ist fast vorwärts doppel w ja nee fast vor den turbo ist es nicht dasselbe immer ein fahrzeug fahrt nämlich und ist auch platten oder was ich glaube in der maschine ist jetzt ein leichen teile händchen kaputt weil ich einen überfahr habe ich sehe den Heli der ist bei mir in der Nähe irgendwo echt siehst du irgend so ein Wachtturm der ist jetzt über mir scheiße so schnell kann ich mich nicht drehen oh verdammt ich schmier grad ab oh bumm oh da war ein Stein ja ich sehe den Wachtturm da rob ich grad drauf zu aus welcher Richtung keine Himmelsrichtung ist der Wachtturm direkt hinterm Zaun oder auf der anderen Seite des Geländes ich bin ich blicke jetzt nach Osten der Vogel hat kein Kompass einsteigen tut mir leid der Wachtturm schaut vom Gelände raus also steht er von deiner Sicht her direkt hinterm Zaun im Zaun im Zaun oder Fahner schauen wir grad nach ob da noch mehr Zäune sind also so komische Sandsäcke halt ja das ist ein vorgezogener Wachtturm so wie es aussieht ok dann muss ich mal ein bisschen inspizieren hier ist kein vorgezogener Wachtturm ja also die Sandsäcke kommen noch warum geht der blöde Vogel jetzt runter ja gier hoch Vogel nehmt für gas ne 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 also auf jeden Fall muss aufpassen in dem Gelände in jede Menge Infantrie oh die Frage ist ich hab keine Munition mehr? Wie reload ich denn? mit R? mit R? ne ich hab überhaupt nichts mehr shit ach doch hier ist einer und da muss auch ein auto in der nähe stehen das dumm ist ich habe keinen ich greife jetzt mit der pistole gleich an da rennt irgendeiner wegwärts vom näher ja das bin ich ich sehe dich ich komme zu ihr untergeflogen kann ich dich sehen ich bin jetzt vorm auto ja ich sehe dich du liegst hier auf dem boden oder du bist eine möwe oder so ich habe nur eine pistole ich kann den kopf hacken gibt es hier irgendwo ich muss doch einen umgefahren haben da muss doch die leiche sein oder hier zur leiche hinterm auto weil so toll ist nämlich die ja die rundum sich mit dem vogel nicht wieso hat ja wieso hatten der keine waffen war bloß ein fahrer ich hatte auf mich gestartet hat auch meinen motor zerschossen ach du bist wo gefahren oder was ja ich habe mich übergefahren oh mein gott das hast du geschafft haha ja du und fahren wir müssen ja alle wie das ja ich wollte aber ausweichen na ok das erklärt dann eigentlich nichts so ich renne weiter warte mal langsam denn ne warte mal das war es ja du also hier bei dem wachtturm sehe ich jetzt keinen die anderen sind alle oben im gelände drinnen vor dem gelände kommt noch keiner da sind aber zwei die sind drei die sehen recht aufgeschreckt aus drei und ein schatten ne doch kein schatten vier 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 schlaf fünf schlaf jetzt zitteln sand secken also vier rennen da drinnen richtig rum zwei stehen recht still ja aber sobald ich schieße mit meinen äh pistole ist es doch rum schmeich halt mal ne granate rein wir sind gerade alle so in der hinteren hälfte im gelände die machen total komische bewegungen also das müssen sie noch irgendwie fixen das ist total unlogisch so ich rob jetzt so ich bin schon bei den ersten container ich hätte gerne einmal geschossen ich hätte gerne einmal geschossen von dem hast du mir nichts gesagt ich habe jetzt keinen gesehen der hat so eine richtige stellung genommen der schweinehund der hat hinter so sandsäcken gestanden hat das gewehr aufgesetzt wow das sieht aber gut aus so hat killcam also ich habe neun erwischt du hast drei erwischt ja als vogel kann man gut reden das ist das das ist das das ist das das ist das ist das ist das